Leute, willkommen zu Name 9, let's play! LOL! LOL! Ja, wir wollen Double Jungle gehen! Easy! Double Jungle mit Riti! Ramjet hier! Jo, ich nehm Cassiopeia im Jungle, weil sie so viel Sustain hat. Tut mir so, als ob wir jetzt streiten. Ah, du Idiot! Warte, ich sag, ich geh einen Support und geh dann mit dir juggeln. Ja, okay, aber nimm deine Exhaust mit. Kann man eigentlich Champion Double Smite, ne? Ja, ja, das ist ja das Coole dran. Sicher. Einer von uns muss das Rote Smite nehmen. Okay. Gegen den Slow und gegen den Schaden. Und einer das Blaue. Und einer das Blaue, genau. Lass mich mal das Blaue nehmen. Okay, dann nimmst du das. Bisschen besser für mich. Obwohl, aber ich mach halt mehr Schaden wie du. Ey, du musst jetzt nicht schaden als Blaue und so, sonst. Jetzt lähmen die dich noch mehr. Ne, ne. De verarsch. Das war's für heute. No Drilling! Double Jungle! Drilling! Jo Leute! Meine Ping ist gut! Hoffen wir schon! Beide Goldspieler im Jungle, was geht so? Wen haben die? Die haben hier im Jungle. Der ist eigentlich sogar gut, diese Season. Hey, hier ist nicht im Jungle, hab ich grad so gemerkt. Die haben kein Jungle! Wir haben zwei und die haben... Komm, wir tauschen! Ich frag die, ob die ein Jungle wollen. Ich... 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 Ich schreib... I can gift you cause you pay a Jungle. Oh nein, Alter! Leute, das war die Glischoflängste Scheiße! Nur Troller wie Ritty... Wie Andi... Und so'n Andi! Und wie das ganze Gegner-Team! Ich vergesse einen zweiten Jungle! Ey! Ich frag nie, ob der einen Smite will und helft ihm beim Jungle! Ach so! Ey, wir können auch übergeilig... Oh, warte mal! Die haben Double-Jungle und haben beide Jungle zur Verfügung! Und Wayne packt es locker gegen Blitz und Ezreal, wenn sie gut ist! Mit ihrer E-Dudgeon... Naja, sie muss halt... Ey, mit ihrer... Naja... Weil wir... Genau! Tower darf Katharina! Why not? Ja, why not? Versuch ne Katharina Tower zu diven! Die macht Ulti! Dann hat die 100 HP! Hüpft drum! Ist der erste! Tod! Hüpft die wieder rum! Flasht sich weg! Double-Kill! Kommt der Jungler! Hüpft die wieder rum! Triple-Kill! Kommt der Toplay! Na... Toplay den Klose! Jetzt kommen wir jetzt! Lade! Das war hier in der Mitte! Und... Lade! Mit Strength bei 0%! Report! Cool! Die haben keinen Jungler! Nein! Aber die haben zwei, die haben keinen! Okay! Also, die haben... A-D... 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 Tank... A-P-Lol... Ich brauche keine AP-Sachen zu kaufen eigentlich! Vor Blitzcrunk... Alter! Reportet Blitzcrunk! Sollen wir ihn warten? Nein, wir fangen gar nicht zu tun! Oh! Blitzcrunk ist fertig! Soll wir es weiter... Wir... schon mit Level 3 Drake machen! Aber... Können wir versuchen... Warum nicht? Ich denke aber! Ich denke aber! Ich muss mit Flo anfangen! Ja! Ich gebe ihn dir doch! Wie du willst helfen? Nein, nein! Geh du zu der... Ja! 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 Ich bin da... Ich bin da... Ich bin da... Ich bin da... wir haben kein jungler deswegen können wir jetzt in zwei jungen jungen du machst der blut da hast du zu deren blut ich mach den blut aber wir müssen uns irgendwann mal treffen und ab level 3 versuche ein bisschen gemeinsam zu ganken und zu jungen weil das ist ja klar ich fange mit red an ja ich fange mit red an was dann dann machst du die viecher ich mache die viecher und dann treffen wir uns irgendwo ich mach den blut auf dann geht es sein red bar ne 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 die jungen ja trotzdem zwar ohne smite aber er jungen dann glaube ich dass das meint er kann schon mir noch weniger hin ich habe zwei jungen ich weiß immer doppel top lane und gegen schritt mit dem ist warum denn nein immer nach dem bach dann den hier machen dann ich habe nicht mal hier verloren ich deswegen ich gehe auch keinen schaden von den monstern jetzt habe ich ein bisschen schaden bekommen ich habe meine q gefällt obwohl ich mal mit lang gänken noch nicht noch nicht lass mich jetzt level 3 werden Ich bin in slow. Komm, wir gehen jetzt da hoch. Komm, zwei packen wir das. Was denn? Das fieh ich. Lass mal die Top-Lang ganken. Komm, 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 komm. Du hast aber nicht so viel Leben, ne? Der wird verrecken, der wird verrecken. Easy. Double Jungle, okay. Jetzt gehen wir da hin. Warte, lass mich nicht anspringen. Oh, ne, du läufst ja, ja, du läufst ja. Ja, ich muss bei Bosnien gehen. Komm, smite du den, da brauchst du den Effekt. Ich hab den Effekt zwar schon, aber okay. Echt jetzt? Ja. No, ich hab keinen Mana, shit. Geil. Lass mich jetzt mal weggehen. Ne, lass die noch machen. Lass die noch machen. Ich muss meine Träne holen. Dann hab ich keine Chance. Jo, ich muss gleich mal von Tränen schaufen. Nein, kauf dir das Jungle-Item. Ne, das Jungle-Item ist nicht so wichtig. Das sind nur für den Zweid. Kannst du mal auf mich warten, bisschen? Danke. Was hat die für eine Farm? Zwölf Farm. Ja, okay, da ging's ja. Ey, diese ist nicht viel besser. Lass uns das Viech machen und dann ganken wir. Aber lass mich die ganze XP bekommen, weil ich bin dann Level 4. Ja, ja, ja. Schmeich. Ist ja Level 4. Schmeich, Schmeich. Brauch ich nicht. Jetzt. Ey, ich leck bei mir. Noch nicht, noch nicht. Warte, warte, warte. Was ich check-up-option geworden ist, das war blöd. Loll. Komm, den kriegen wir noch. Danke. Egal, egal. 3-0, Kassiopea. Ich weiß nicht, egal, was wird. Was? Eine Minute Red Buff, danach machen wir deinen Blue Buff. Da, da, pass auf, pass auf. Pass auf, da darf sie nicht terminieren. Wieso? Wieso? Wain, guck mal, die fahrt immer noch weiter. Oh mein Gott, that Wayne. Warum hat sie nicht gemacht? Das ist auf jeden Fall egal, du flamest nicht. Alter, du flamest nicht. Du flamest doch noch nicht einmal. Nein, what the fuck, oh mein Gott, that Wayne works in LW. Nein, du flamest doch nicht, keine Sorge. Boah. Du weißt, du machst dich gerade drunter, ne? Kommst du Rapper? Äh, ja. Nein, ich mach mal Blue Buff, alleine, du machst der Rapper auch alleine. Und, ich mach mal, der, ne? Rashid, nach dem gienerischen Red Buff treffen wir uns wieder. Echt jetzt? Was ist? Eine scheiße, ich habe das übelst mit einem HP überlebt, glaube ich. Was ist? Okay, ich bin fast Level 6. Ich bin Level 6. Ich habe keine Worts zu geben. Ich habe keine Worts zu geben. weg brauchst du sie? ja ne nehm ihn ich kann den Spot weg gehen können nicht vorgehen, ich schau da wo es ist ne ich darf nur warten, warte, warte, warte ne boah, ich lege Andi Andi, ist du so leid, ich lege ich hab ihn aber dann machen wir dein Handy, hörn die Internet aus boah, warte mal Andi Andi sorry nice der Kana hier kriegt die falsche Schlange ich brauch jetzt auch Hydra ich bräuchte, ich bräuchte eigentlich SS Top hast du deinen Smite? jetzt hab ich dann lass drag machen stell mal warte noch ein bisschen auf Gold noch 5 Gold ok tools ok nach dem Dragon und Schiss so was macht der selte eigentlich Outplay ich hab null Map Awareness ja sag da Andi, du bist blind also ja, lass mich da geh mal mit lane und du haust da ab und du haust da ab that shit ich wollte noch, ich wollte noch NO Ah Andi sch 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 vielleicht kommt Ezreal sollte dann wenn ich ich beobachte ihn der war weg ich sag dir nur, dass du mich bewegen sollst nein, okay, mach keine Hilfe gut so so du Bär geh mal jetzt drag nein, mach mal deinen Blue du machst jo den brauch ich immer ich kann nicht viel Mana ich habe ich hab trotzdem Mana Probleme ey 13,5 aber die pushen mir zu schnell egal ab Level was heißt ich 10 wird das Beste sein hol deinen Blue hol deinen Red und dann helft bisschen den dann geh ich bot den Gangchen ich meinst du und deren Red ja Herr der Red ist auch da ich will den holen wenn ich du hörst das mach ich dir gerade 16 2 1 2 1 2 3 2 3 4 3 Ey kommst du botlane? Nö, ich geh toplane grad. Oh Gott man, fast nicht so schlecht. Oh, im Kader-Boom! Gefickt, Alter. Und den nächsten! Pass auf, jetzt kommt der nächste. Oh, 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 pass auf. Und Sam botlane dominiert. Da kommt Irelia. Verschlüssel Neomest! Gottlike! Komm break, komm break, break! Ja, ich hab keinen Smite. Ja, ich brauch nur einen Schaden. Obwohl, ich brauch nicht einen Schaden. Ah, es geht bei dir falsch! Warte, ich stell dir mal einen Wart hin, damit ich falls was überjumpen kann. BÄM! Best Draxler EO West! Ich wollte aber keinen Smite benutzen. Krieg ich den gegen noch schon Blue? Brauchst du den? Ja. Bein, du hast auch ne Menge Kills bekommen. Meiner läuft echt besser. Hilf mir! Nein, ich kann nicht, ich muss den Blue holen! Ich hab nur angejumpft! Oh, ich wollte zu dir jumpen, der hat nicht mehr... Mach den doch, du scheiß Spass! Geh weg! Geh weg! Renn um dein Leben! Ihr zwei könntet den packen! Warte, warte! Warte, ich warte hier im Busch! Passt aber auf! Wenn du jetzt nichts Blödes anstellst! Pass auf! Was macht ihr? Ich kann alle beide falten, easy! Ja, pass auf, ich würde euch keinen machen, dann geht er weg! Na doch, du hast wieder deinen Busch! Nein! Das war doch... Hättest du doch nicht mal einen Skillshot oder haben die das geupdatet? Die haben das doch geupdatet! Die haben das doch geupdatet! Okay, das war früher kein Skillshot! Echt jetzt? Ja! 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 Komm schon, Xeras! Xeras, du willst mich doch! Ist weg! Lass mich weg! Ah, shit! Warte, ich mach noch ein bisschen! Ich hab eine Hydra! Okay, lass mich weggehen! Lass mich weggehen! Lass mich weggehen! Oh! Hat da eine Bombe, hast du gesehen? Doubles, mein... Den haben wir, den haben wir. Oh, shit. Oh, ich hab die noch angekommen, komm, die kriegst du. Nein, mach... Deine Ultis! Dafür gehörst du geschlagen. Ich hab jetzt einen Wordstone. Pass auf, die könnte ich packen, die würde ich packen. Nee, wird sie nicht, komm mal, ich... Die ist vergiftet, los, komm, naja! Die springt dich an, LOL, LOL ist die Behinderung. Vergiss, ich lege. Blitzkamp, Blitzkamp, renn, 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 Blitzkamp! Jo, ich glaub schon. Die LOL ist rein, sie dir nicht im Fell. Nein, nein, sie hat alles unter Kontrolle. Oh, schade. Oh, really, guys. Okay, ich glaub, wir müssen jetzt ein bisschen Mana. Da holt ihr dann Blue, äh, dann Red, ich mein Blue, dann hol ich die Falle, dann Red. Hey, LOL! Da wollte den Gedeich noch jemand, da ist noch jemand. Wer? Hallo, ich kann... Oh! Kein Plan, da war noch jemand. Schau dir jetzt das Skill an. Ich werd den hier zu... Oh, ich hab keine WhatsApp. ... was man gesagt hat. Der hat sich geflasht. Wer? Wie? Toll, Andi, der killt dich! Killt mich nicht. Da kriegstens, da kommen jetzt die anderen Spassen. Toll, Andi, ich hab schon jetzt 40% abgezeichnet, oder? So. Ich komm mit, Klein. Ich komm mit, Klein. Okay, ich komm mit auf die Red. On my way! Oh! Oh, das Skill! 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 Dominiert, Alter! So, du hast wieder, äh, Allchat? Ja. Alter, jetzt hörst du Flame! Ich Flame noch nicht einmal. FF. Ey, ich hasse jetzt, wenn jemand FF schreibt. Nachher gewinnen die immer noch. Wenn die nicht zu dumm sind. Dann sagen die FF hier? LOL, LOL! Guck mal, ich kann den Drake machen ohne Leben zu verlieren, oder? Ich zeig's dir. Na komm. Ja, Andi, Andi, mach mal was Nütliches. Schau, Andi, was ich jetzt mache. Wie schnell ich den Drake mache. Ja, toll. Er versteht's nicht. Hey! Ich hab' mich noch nicht mal gesmultet. Ich hab' mich in Q, E, und bin weggejumpt. Ich hab' ihn auch nicht gesmultet. Red buff OP. Ich hab' mal mit nem Statik-Stich in Drake, äh, in Baron gestealt. That way. Kommst du klar? Ich glaube, lauf zu mir, bitte. Ja, geil, doppelt für dich. Das Á, nochmal ein, nur noch was. George l BETH. Da ist noch K у K у K O. Und... Bobby Hamburg. Egal, Flash out! Flash out. Flash ist... I will worship church. Ich hasse Leute, die sich flashen, die gehören gebannt. butterfly f... SW tem man f... Der Flash war so ohne, ich hätte mich abholen. Weil du flashstлично, dass der LoLAC auch gebannt wird. ja ich weiß die storben für ein kalt das ist nicht egal du bist in der gold habe ich wieso gestorben hättest du zugeschaut würdest du es wissen das ist aber was soll ich mich für schuhe ich habe mich gehofft ich finde die gescheiterin hätten gewonnen am anfang waren die über weit und dann ja was macht er ist schon die ganze zeit auf der top er versucht ihm mal schaden zu machen steht einfach nur rum und farme und kriegt kein der mei geht da weg erwein die dieser wein an die hat Ich hoffe jetzt, dass sie mich nicht gesehen haben, als ich hier reingegangen bin. Bin ich so tot. Rashid? Ja? Der Lee hat mich gesehen. Scheiße. Jetzt würde ich den kriegen. Oh, das Moon. Alter, wie viel... Jetzt mach ich den Blitz wieder, Alter. Alter, ne, hält ich meine... Ich mach die alle am Tower, die kriegen mich einfach. Du musst dich hier antauen. Hol dir gegebenenfalls schon Red Wolf. Jo, warte, ich hab erstmal Ezreal gekillt, weil er versucht hat, meinen Bluboff zu klauen. So kenne ich Rashid. Richtig, richtig, richtig. Ramjid. Ja, ich bin Ramjid. 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 Woher ist das nicht der eine von denen? Ne, nein, das ist nicht der von, äh... Hauptsache der Theory, nein. Doch, das ist der. Er heißt Ramjid. Und ich heiße Ramjid. Weißt du? Der macht den Bluboff voll Irelia und Geekom. So'n Spaß. Hashtag YOLO. Nein. Töte sie, die hat, sie hat dir den... Könne mich geboten. Könne mich geboten. Guck jetzt. Leider springen. Was macht dieser Wayne? Oh, nice. Oh, was sie jetzt noch einmal unsichtbar machen können. Alter, ich doch Mana. Ein Wiesambler. Gut, was holt mich denn Mana? Ah, scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Nein! Geh mal ein bisschen tanky. Ich? Äh, ich geh ein bisschen tanky. Ne, geh voll AP, ich geh doch schon tank. Ach, voll AP hier. Ich brauche ein paar Tank-Items, weil ich das Mana davon benötige. Wer ist zufrieden? Ich zähle 10.000 Mana ab. Das Item, was ich mir hole, wird auch sehr, sehr viel Schaden machen. Kein Spouse, Goldjet. Oh nein, dieser Failure. Oh nein, dieser Failure. Andi, vergiss dich, das ist immer eine Irelia. Oh nein. Wer ist denn da? Wer hat da denn so schön geworden? Ich mach Drake. Ah ja, kannst du jetzt zuschauen, wie schnell ich mache? Ja, kann ich machen. Wenn ich Lust hab. Ja, mach schnell, ich mach schon. Ja, ich schau. Verlässt ja nicht mal Leben. Ja, weil ich mich hier. Mit? Ja, mit meiner Passive. Neulich, neulich, hält ich ja mal. Gut gemacht. Ja, wurde übelst stark gemacht. Aber ihre Fähigkeiten machen, außer sie eh als übelst wenig Schaden. Also es ist immer wichtig, dass der Gift trifft. Oh nee, Alter. Da kamen zu viele. Das waren mir zu viele, da hab ich mal eine Kühe gefällt. Ich dachte, die laufen weiter, seit hinterher, aber nein. Shit. Komm, die kriegst du, die können doch nicht einmal... Und wieder. Alter, das Damage ist halt im Hut. Hier weg, das sind vier. Quadra-Kill. Ja. Ja, hab ich gleich, warte. Die versuchen, Drake zu machen. Oh, aber ist nicht da, wie die falsche Schlange geholt hat. Lala, komm. In dieser Runde machen wir jetzt fünf Rakes, ein Baron und Pullball. Da wollen wir sehen, wie stark wir dann sind. Lala, einfach... Wieso, was sucht der gegen Zed mit 5000 Lifestyle? Oh nein, aber dieser Zed, der ist jetzt auch... Mach doch eine Q, der ist weg. Ey, wer der... Oh, Zed. 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 Cary-me. Weiß nicht, Stock-Scarmy oder so? Sorry, hallo. Ich hab nie gesagt, dass ich gut in Englisch bin. Ne, ich weiß es ja selber nicht. Ich weiß es aber nicht. Erso versucht immer noch Schaden aus dem Malfoy zu machen. Der Malfoy bleibt einmal in der Tower. Ich komm Top-Lane. Guck mal, Malfoy vorsehen einfach. Der steht da einfach nur rum und mehr nicht. Ja, der Kass. Alter, für ein Camp brauch ich 300 Mana. Alter, guckt euch das an. Der Yi carried das noch. Nee, glaub ich nicht. Ich könnte mal Teamfighten. Stimmt, ja. Was macht ihr da schon wieder, Wayne? Wayne macht eigentlich, hat ganz guten Farm und macht eigentlich ganz gut Damage für das, was die am Anfang alleine auf der Bar sind. Nein! Wenn du jetzt tippst, schlage ich dich. Nein, da hab ich meine Old Türe gefehlt. Was war denn das? Das war Ritty. Mach mal die Re-Leader. Mach mal Baron, Baron. Ja, schau ich dich an, so los. Ja, dein Blu ist da. Kill den, kill den. Guck dir, guck dir das an. Drei Hits. Das ist halt Wayne im Late Game. Ja, Wayne im Late Game. Da kannst du nichts machen. Und was kauft dich der Ezreal, Alter? Ich spiele halt... Boah, der kommt ja alles richtig eigentlich. Ja, ich spiele mal Blue Ezreal als Ding. Ich spiele mal Trinity und Eisbein und diese Handschuhe mal gleichzeitig. Hallo, dein Nu. Ja, chill. Schmeid dich nicht. Schmeid dich nicht. Schmeid dich nicht. Komm, Baron. Baron? Warte. Okay, gut, jetzt wird's um. Ich muss warten. Ich wollte jetzt hin, streiten und dann Baron, okay? Nein. Ich kann nicht parkieren. Da ist sie, helf mir. Wir müssen erstmal ein paar killen dafür. Loll. Loll. Der hat mich zu viel zu lieb. Der Sparrow. Der Sparrow. Ja. Der Sparrow. Da ist so, Schwabs. Da ist, da ist die Reda. Loll. Ah. Okay, der kriegt sie. Ich habe einen perfekten Counter gegen die I. Klasse Pair. Ah, ich habe mich geschildert, anstatt zu jumpen. Klasse Pair, ich bin gleich folgelt. Also, ich meine, ich schlage der Todesfee, also Benjis holen oder Letzter Atemzug? Letzter Atemzug. Sicher. Jo, das muss mir danach. Aber Benjis, Leben, Magieris, okay, schon. Könnt ihr schnell Tower abholen? Ja, gut, 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 gut. Bitte, 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 bitte. Oh, nö, oh, nö. Der dominiert einfach alles. Ah, shit. Jo, ich habe 3000 Gold. Ja, ich habe keinen Assist bekommen, wenigstens. Dann hol ich Klinge auf. Hol dir Rabadons für so'n Kack. Ja, Rabadons als letztes. Oh, das wird so wild. Spiel mal. Alter, ich habe 600 AP und ich baue erst jetzt Rabadons. Wie viele AP hast du? 600 und ich baue erst jetzt Rabadons. Ganz ernst. Ich gucke deine Items, wie geil die sind. Aber hast wieso nicht so viele AP? Allein in meiner Passive. Guck mal. Ich glaube, ich baue noch ein paar Stacks. Äh? Genau. Okay. Bei 500 Stacks krieg ich 30. What? Was ist? Bei 500 Stacks krieg ich einfach mal die Passive von Rabadon. Oh, das war blöd. Ne, wieso? Ein guter Kick, Andi. Du Bitch. Ich bitch! V! Oh! Oh, Andi, es sieht nicht so rosig aus für dich. Ach, wieso? Ich mach mal noch den Ezreal. Ne, ne, lass es. Er macht zwar keinen Schaden, aber soviel macht er schon. Jetzt mal dieser Dümmste, das ich jetzt an dem gesagt habe. Nein! Nein! No! Ein Hit! Egal, zum Beispiel. Das ist die Quady Wayne da. Is that finished? Lol, that's it, that's it, that's it. Jetzt kann ich mir nur noch Pots holen, mehr nicht. Nicht finish! Nicht, ich will meinen letzten Items haben. Da noch großer Tum. Nicht, tschüss! Ey, du musst noch dein Word-Item ausbauen. Wow, deine Items sind so billig. Hä, wieso? Naja, 2800. 2300, 3300, 1600, 1110, dann nochmal 1800, 2300, meine Items kosten alle über 3000 fast. 2.000, 2300, 640, ah nein, das ist Verkaufserlös. Ups. The season is real, the season is real, the season is real. Oh shit, oh shit, oh shit. Haben wir kein Bearing gemacht? Doch, aber der ist schon abgelaufen. Doch, aber der ist schon abgelaufen. Ich kämpfte einfach alleine gegen alles. Easy peasy, Lammons. Ey komm, lass hoch, ich hab Ulti. Nicht jetzt in Aspera. Nein, ich hab doch PK Award gekauft. Ups, ich hab das falsche gekauft. Oh! Oh, das war jetzt gerade ein Überplay, Alter. Alter Vater. Boah, das war übelst knapp gerade, ne, Andy? Oh, die Missgeburt. Hey, 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 hey. Oh, gedutscht. Oh, oh, Irelia kam. Nicht Benzen, Andy, bitte geh weg, ich bin meine Let's Night in Fork. Andi, Andy, komm mal meine AP an. Wo bist du? Hier an der Base. Mit solchen Lappen-Items. Da geht noch mehr. Ja. Ja doch, da geht ja noch mehr. Ich sagte, da geht mehr. Ich brauch noch ein paar Stecks. Ich brauch noch ein paar Stecks. Nee, geht weg, Andy. Ich warte ein Kill, bitte auch. Andy ist da Bro. Andy, noch fünftes Stecks, bitte. Nein, der hat geholt ihn. Oh Gott, Alter, ich will auch meine... Ihr seid an. Oh, ein Daumen, der macht jetzt... Was macht die? Sag Seraph, der ist so schlecht. Ich hätte den nicht getan. Ich hab das falsche Wort in mir. Ich wollte eigentlich... Das ist doch ein pinker Wort, dachte ich. Okay, den restlichen kauf ich mir AP. Soll ich mir AP kaufen? Dann macht man... Nein, hol dir Sonjas, hol dir Sonjas. Stimmt. Gegen was? Hm. Gegen dein Jungle-Item, das ist nutzlos. Nee, nee. Nein, 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 nein. Gegen dein High-Draw vielleicht. Last Whisperer. Ja doch, Last Whisperer. Haben die nur noch vier, sechste Stecks, ne? Für deinen Meas. Hm? Nein, nicht Meas. Ich brauch Kills. Ich brauch zwölf. Das ist über den letzten Effekt, plus 30% Fähigkeitsstärke. Okay, wie viel... Wie viel hast du AP? Ich hab fast 9000... Bin ich jetzt nur noch ein Kill. Echt? Oder? Nein! Noch 8 Decks. Hä? Dein AP hat sich nicht erhöht. Warte, noch 8 Decks. Chill, chill, chill. Da ist ein Ding, ein pinker Wort. Oh ne, ich hab meine AQ gefehlt und der Blitzflash. Andi, noch 4 Stecks, schau jetzt zu. Ein paar Sekunden noch hab ich. Schau, schau, schau zu jetzt. Wie viel ich habe? 934. Noch 3 Stecks, Andi, schau. Hier, dein Steck! Nein, ich kann nicht Gegner stacken. Und? Jetzt kommt euch mein letzter Stack? Ich hab dir den Gegner... ... zum stacken geschehen. Andi! 506. Komm, wie viel AP ich hab? Zeig, zeig! 1130! Kannst du noch irgendwas stacken? Nein, leider nicht. Übelst viel Gold. Ich hab 3.000 geholfen. Alter, 1100 AP und das mit solchen Lappen. Alter! Ja, und Leute, das war unser Double Dragon. Wir dreht hier, abonniert den Denka. Easy! Easy! Ihr findet den auf YouTube unter DenkaXP. Ich füge den Link in die Beschreibung. Ich hoffe, ihr habt zu Ende geschaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss! 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 Und bis zum nächsten Mal! Und... Tschüss! Bye!